einen wunderschönen guten morgen mittag oder abend hier aus meinem schönen auto in dem wir mal wieder zu einem neuen ausflugsziel hinfahren der in den kommentaren stand heute soll es zwar regnen aber ich habe ein bisschen geguckt und der ort soll wohl ganz gut sein auch bei regen und zwar fahren wir heute in die breiten nachtkramm ich habe den namen vergessen breiten nachtkramm irgendwie so und bei oberstdorf ist schon damals nord nebelhorn war ich bin verwirrt ich glaube ich habe zu wenig geschlafen ich hoffe ich kriege ein paar eindrucksvolle bilder von der landschaft für euch eingefangen und jetzt heißt es aber erstmal dahin kommen das heißt wieder obwohl es nur 20 kilometer sind 50 minuten fahren weil man hier immer nur gegen jubeln kann also wir sehen uns dann vor also diese schlucht ist ziemlich nicht feucht jetzt weiß ich auch warum die gesagt haben dass man beim regenwetter auch ruhig in die schlucht gehen kann das ist aber scheißegal nicht so oder so nass aber es ist toll sehr eindrucksvoll was die natur so geklappt hat wirklich hammerhart wir sind endlich wieder im auto wir haben es geschafft klatschnass aber zum glück haben wir es geschafft bevor es angefangen hat zu regnen und trotzdem sind wir das das hätte man uns auch irgendwie vorher sagen können dass die schlucht so dermaßen feucht ist dass es nicht ganz einfach oben runter plätschern aber schön war es trotzdem sehr eindrucksvoll und kann man nur jedem empfehlen der hier in die region mein urlaub hat guckt euch die schlucht mal an ist echt cool was ich bisschen komisch fand es waren unglaublich viele zuschauer ich denke mal so in eurem alter und es hat mich irgendwie keiner erkannt denke ich mal oder hat sich nicht getrocknet mir zu reden wer weiß wer weiß jetzt müssen wir mal gucken ich denke mal bei dem wetter werden wir zum hotel fahren oder aber wir haben noch eine kleine mission und zwar waren wir auf dem nebelhorn und haben da ein mineralwasser getrunken was super lecker schmeckte und ich habe mir das extra aufschreiben lassen wie das mineralwasser hieß jetzt müssen wir halt nur rausfinden wo man das kaufen kann und ich weiß den namen nicht mehr so hier hier habe ich den zettel und das heißt könnt ihr auch gerne in die kommentare schreiben wenn ihr wisst wo man das kaufen kann es heißt na winter also ich weiß nicht wo man das kaufen kann aber schmeckt gut und versuchen wir mal was finden feierabend feierabend das ist ein toller firmenname feierabend ihr habt ja vorgeschlagen in den kommentaren dass wir doch mal ein paar fragen beantworten sollen so zu unserem urlaub oder ähnlichem und wenn ihr bock habt dann schreibt doch jetzt mal unten in die kommentare für den vlog von borgen was wir was ihr so für fragen an uns habt über unseren urlaub und über die region oder sonst was vielleicht können wir ja die ein oder andere frage beantworten und ja dann leg mal los ja ihr lieben das ist jetzt die letzte abmoderation vor dieser wunderschönen kulisse der scheiben bei mir im hintergrund und der landschaft die wir hier genießen dem aschenbecher wir hatten jetzt hier eine wunderschöne scheitzeit und freuen uns auf die heimat nein eigentlich nicht auf unsere katzen freuen wir uns wieder wenn wir zurückkommen jetzt gehen wir noch für drei tage nach stuttgart und dann heißt es wieder abschied nehmen wir wollen noch eine musical besuch von mama mia hätte ich fast gesagt nein von mary poppins und anschauen und dann mal gucken was wir noch so machen werden bisschen stuttgart unsicher und dann geht es halt sonntag zurück in nach hause vielleicht blocken wir noch ein bisschen von dem was wir so unternehmen ansonsten war es das erstmal hier aus oberjoch da gibt es morgen früh vielleicht noch eine anmoderation aber das war es dann auch schon wieder dankeschön fürs dabei sein für die ganzen interessen hier an der region und auch für die tollen vorschläge die wir für euch bekommen haben nächstes mal wenn wir eine urlaub fahren planen wir das davor richtig wir machen das einfach so dass wir die zuschauer unseren urlaub planen lassen das ist eine tolle idee das viel einfacher die können dann hotels raussuchen und so auf jeden fall dankeschön und wie ich sagen bleibt schön feurig oder nicht kommt noch was nein bleibt schön feurig ist das ende das ist mit dein eis